Ich trickse meinen Sohn aus und habe ein Mickey Mouse Waffeleisen geholt. Er mag nämlich nicht so gern Gemüse und wir machen jetzt Gemüsewaffeln. Wir brauchen eine graspelte Zucchini, graspelte Kartoffel, graspelte Karotte, Streukäse, Petersilie, Milch, Mehl und ein Ei. Und flutsch war die Schale drin. Habe sie draus geholt, den Teig verrührt, ein bisschen Salz reingemacht und einmal hier das Waffeleisen mit Öl angesprüht und den Teig reingemacht. Das hat schon ganz schön gebrutzelt. War wirklich gespannt, ob das klappt. Und Leute, es sah einfach so cute aus. Hab das dann alles auf einen Teller gemacht. Meinem Freund habe ich direkt auch eine Mickey Mouse Waffel gemacht. Hab hier noch Kürbisquetschi genommen und glaubt mir, mein Sohn hat die direkt vernascht.